hallo, guten Morgen, guten Morgen Maus. Hm, naja, hat schon Droll hier, ne? Hat schon Droll hier für ein Provisorium, ne? Da kommt man weiter, da ist nicht eine Achterbahn. Hm, da sind alle eingangs, man muss da aber nichts verfallen, das ist alles kostenlos. Ne, das ist all inclusive. Ne, ich komme da rein. Ja, das ist doch schon wieder. Hopp hopp hopp. Da ist der erste Kandidat in der Achterbahn. Ja, das ist ein Drehwurm. Jeden Tag gibt es hier was Neues. Wow. Wow. Das ist eine kleine Fee und sich richtig ausdrucken, ne? Das ist jetzt nur ein Provisorium, das wird alles noch viel größer und viel viel schöner. Viel viel besser als drin sitzen, ne? Ja, das ist gar nicht. Das war nur Wind. Das war nur Wind. Das war nur Wind. Das kommt mal nach vorne in der Welt. So, andersrum kommt es wieder da aus, wo du herkommst. So, das macht jetzt wenig schöner. Aber das passt mal. Jetzt wird es mal so eine Tanzkarte gewerben. So.